Schere, Nadel, Faden. Das waren die Werkzeuge meiner Schöpferin. Und ihr Geschenk ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Welch eine seltsame und wundervolle Welt. Ich muss dafür sorgen, dass sie so bleibt. Ich kann es immer noch kaum fassen, dass ich meine Hände und Füße selbst bewegen darf. Keine Zeit für Pausen. Erledigt. Langsam werde ich gut. Was als nächstes geschieht, werde ich entscheiden. Da, 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 da. Da, da, da. Vielen Dank.